und neidisch hast du deinem zentralde da gibt es sich um unten am 12 das ist auch ziemlich höhere sich wie böse auskürztet die sind die haben ja gegen fast alles also in der gasmasken haben die ja also ich weiß ja schon mal wohnt hier und ist es hinter der map und recht hinter der map ich weiß und wird es ist hier vor meinem pc das erkennt so vieles die gd-aub und gleiche auslust und ich bin die map mag ich die gd-aub und recht ich sehe keine meine ansicht ist im laden er hat man auch also und ich weiß nicht ob du irgendwie so ein Prozent ihr lebenszeichen des Hektops der Map da hast aber ich sehe kein Paulette und recht hinter der Map steht direkt einer ja du start einfach ich bin fertig ich weiß ja nicht wie es euch geht wahrscheinlich sieht er sich nur selber ich habe keine Schottskannen mit also warum was ist ich brauche ich blockiere hier wir gehen links lang sicherer ok das war nicht der der da vorne stand ich bin ich bin erholen ich schalte mich nicht so ruhig was auch die kann auch im container sein ne tritt in die Fresse und dann gehen wir erst die Bäder ab, ich kontrolliere das linke Bad, Mauckram kontrolliert du die Tür ja ich spiegel und ich guck dir um das Fenster du bist auch so ein Belegerkehl ne schöne Einsicht muss ich schon sagen so also da ist eine geschlossene Tür die andere Tür ist ist die offen? rechts ist offen ich sehe sie nicht also bei mir ist die Wand davor und ein Telefonding aber sonst sehe ich da keinen schade niemand auf dem Damenklo wär mal schade wär mal geil gewesen da ist manchmal die Frau drin was mir allerdings mehr Sorgen macht ist dass die Frau manchmal auf dem Männerklo ist also da hinten ist nix hinter der offenen Tür äh kannst du die Tür da hinten schließen? ihr seid ja schon drinnen ja du pennst ja auch mach die Tür zu ich will Kai die Tür rufen weiß ich nicht ne ich war langweilig puh ich dachte schon nicht würde so ich will Kai die Tür weil da gehen wir von anderen Seite rein ich guck dir nur halt wir gehen rechts rein ich guck dir nur durch ich glaub hinten hinter hier sehe ich gar nichts hm hm hat auch doch rechts 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 äh die Tür durch da steht ein da steht ein Terrorist mit ner AK keine Ahnung deswegen gehen wir auch rechts rein äh hat auch nur irgendeiner von euch beiden einen Keil mit nein ja ich hab einen mit oder einer setzt sich vor die Tür hm wobei ich könnte hier eigentlich warten wenn ihr den Nebenraum geräumt habt und nach links geht könnte ich hier rein naja wenn hier vorne im großen Raum steht dann ist schlecht das sieht eher von einer anderen Seite aus wenn wir Punkte riskieren wollen gehe ich rein da geht ihr jetzt beide erstmal in den Nebenraum rein wo ich die Türachter vor deiner Nase er ist zu blinden Tür zu hinter links hinter der Tür steht eine Achtung er kommt wahrscheinlich durch ja schön ich hab's weil ich hab's gehört erzählt auf dem Zivilisten er schaut weg von uns erzählt auf dem Zivilisten ja gerade den Spruch gelassen ok das war ein schöner Treffer er ist verwirft war eigentlich in Wunder ach komm noch einer komm durch komm durch, pass auf links links ist gerade jemand langgelaufen er hat die Waffe weggenommen ich sehe die Frau mit der Shotgun die läuft gerade ins Büro Achtung da kommt einer wo ist er äh der haut ab ok Polizei, holt die Hände ab oh, was ist passiert Doc, das ist Ente ich hab die Waffe ich hab die Waffe ich hab die Waffe ich hab die Waffe ok macht ihr mal das Lager jetzt willst du alleine gehen oder was nee aber ich pass auf dass die nicht von hinten auftauchen auf einmal wo waren die? ich hab sie nicht gesehen ich bin zu spiel im Kühlraum du kannst ja schon in den Raum nach dem Kühlraum reingehen und gucken ob da was ist ich schaue mal ob die da sind ja, das meine ich offen ich würde mich nicht wundern wenn sie genau hinterm Kühlraum auch sind du guckst direkt ja, ich würd's irgendwie... ja, ich mein halt um die Ecke sind sie wahrscheinlich ja, da war bei mir meine ok, hinterm Kühlraum sind sie nicht, dann sind sie bei dem Büro Maul Grimm, weißt du was mir das sagt? Kiwis was? was? was ist mit dem? den hast du hier erschossen ne, das war nicht hier ne, das war nicht hier ja, ein Raum weiter das war Bürogebäude Bürogebäude? ja, das war ein Bürogebäude wo das war äh oh oh hm was? also ich seh ich glaub ne Geisel und nen bewaffneten im Büro, aber die Frau nicht mehr ähm, hast du noch nicht ne Wedge vorgepackt? ja, doch die kann nicht raus ja, dann ist das wahrscheinlich nicht irgendwo versteckt in deiner Ecke ich hab noch ne Flash mit oder sonst nix weiter ja, habt ihr alles da? ja, wir sind fertig ich hab die vorgefressen Willi retten fehlt noch, das ist der bei mir dann haben wir auch alles zivil und die Alice muss bei mir auch irgendwo sein wenn ich jetzt nicht viele scheißen wollen, dann haben wir 100% schon wieder? ja können ja eigentlich auch von zwei Seiten einfach reingehen ja, ja, ich ich guck mal mit 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 du bist über den Kühlraum gegangen, oder? ich guck mal mit dem Spiegel von einer Seite kann aber nicht viel erreichen, ne? Hallo Willi dann steht voll genau vor dir die Geisel naja, sie hat ja, dann gehen wir rein schießen den Terroristen also nicht um, sondern betäuben ihn dann kommt versucht, das mal reinzugehen und dann ja, ich aber das bringt bei ihm nichts ich bin gerade in einer guten Situation, weil wenn ich die Tür aufmacht, sehen sie mich nicht ja, das wäre noch ne Idee ich mache auch, wer eine Granate und dann vielleicht mit C2 springt die auf oder so ja, oder ich wäre auch noch nur Flash rein ja, wer eine gute Idee denn haben zu also, wenn ich drei sagt, machen wir beide die Tür auf und, äh, ihr beide werft rein eins zwei drei und rein Drei Terroristen ok, ich hab die Waffen gut ich kann mich auf die Waffen und wo ist die Frau? die hab ich hier ich nehm sie gerade fest so da ach so, ach mach ich da liegt hier nicht auch normalerweise ganz viel Geld rum habe ich eingesteckt ja, hallo, der Herr mit unserer Hause und und hallo, Rudi hallo Rudi, und sind Rudi weil ich den letzten festgenommen habe ja, 100% obwohl ich gerade noch auf einen Terroristen geschossen, was der sie ergeben hat so aber wenigstens keine Zivilperson klick einfach auf Next Game es gibt es gibt keine Punkte dafür, dass die Terroristen unbeschadet sind ja, du darfst ihnen kein Haar krümmen, kommst rein leg die Waffen nieder leg sie runter also so